So ihr Lieben, Hedley Nauten und nicht Hedley Nauten, Abonnenten und nicht Abonnenten, bei mir heißen die Abonnenten Hedley Nauten. Ich wollte euch mal was zeigen. Ich schaue gerade, es ist Mittwochabend und ich schaue gerade Sommerhaus der Stars. Ich amüsiere mich köstlich, ich amüsiere mich köstlich über diesen Trash und ich wollte vorhin schon ein Video machen, weil ich habe neue Messer bekommen. Und da wollte ich euch mal zeigen, wenn ihr ein Messer testen wollt. Ich glaube ich habe das schon mal gemacht, ich habe keine Ahnung. Ihr nehmt ein DIN A4 Papier, mit einer Tomate, die hat man ja nicht einmal zur Hand, aber DIN A4 Papier hat man überall liegen. Und jetzt haltet euch fest, guckt mal, völlig ohne Druck. Gesehen? Achtung! Das nenne ich Schärfe. Geil, oder? Ja, wir können schon operieren. Operieren, kann ich nicht damit. Operieren, operieren. Ich kann es auch machen. Du bist noch nicht im Bild. Oh, jetzt sehen wir nur deine Hände. Ich möchte nicht wirklich ins Bild. Die Tochter kommt rein und guckt, was der Vater jetzt schon wieder verbrochen hat. Ja, wir lassen Monster. Boah, ich wollte eine Spinne töten, weil es eine Spinne. Boah, ich habe die Spinne operiert. Also du wolltest eine Spinne töten, hast du voll dein Handy rausgeholt. Ja, ich mache alles für meine Hedley Nauten. Das war ein Messerset von Pearl. Das wird wahrscheinlich genau zwei Tage so scharf sein und dann kannst du es wegschmeißen. Aber so sollte ein Messer schneiden. Scharf wie Michel Hunziker. Hast du gerade geschmerzt? Hast du geschmerzt, wo ich Michel Hunziker gesagt habe? Heihei, ich werde noch wahnsinnig. Willst du noch irgendwas loswerden? Nicht. Sonst heißt es, du warst auch schon lange nicht mehr in der Kamera, weißt du? Streck nochmal die Hand rein, damit sie nicht sagen können, du warst schon perfekt in der Kamera erledigt.